Ja, ich sag jetzt auch was. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Blackwake. Es läuft wie immer ohne Probleme. Es gibt hier nicht mal nen Keller auf dem Schiff. Wir gehen auf die Gajona. Ja. Dann soll es hier? Geh lieber jetzt aufs Klo. Sagen wir noch nicht kennen. Geh mal an die Pumpe. Geh aufs Klo. Nicht nach Luft pissen. Äh, rechte Seite. Rechte Seite sagt er. Ja. Ich erkümpel meinen Lack auch. Oh, es sind zu wenig Kanonen. So viele Leute. Geben wir uns mal um. Das ist die Gajona. Ach, ich bin neben dir. Lass mal ne Kanonen in Ruhe. Ja, ich hab die andere. Kleine mir. Linke Seite. Linke Seite. Feuer jetzt. Peng. Das war jetzt für heute nicht Feuer. Nein, ich hab eigentlich... Jawoll, getroffen. Wir halten beide auf die Gajona. Wir gehen auf die Kleine. Wir gehen jetzt nur geradeaus. Äh, reparieren. Nachladen. Wenn ihr schießen könnt, schießt. Aber ich kann nicht zielen. Müsst ihr selber gucken. Das Loch ist beim Käpt'n. Ich mach mal Ressourcen neu. Haha, der Käpt'n hat Loch. Beim. Nicht. Im. Häh. 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 Wer gut hat. Komm, Drehderschöten müssen... Ja perfekt. Jetzt fang ins Gesicht. Zack, du Wichser. Getroffen hab ich. Und? Der HMS... Kommen. Sind unterwegs. Oh fuck. Ja, sind in der Kajüte. Schießen wir feuern. Schießen wollte ich gar nicht. Wollte einen nicht luken und hab geschossen. Oh mann. Barrett. Ja, Entschuldigung. Waren 50 Punkte minus. War nicht so geil. Ja. So, wie sieht's aus? Akkor, sie... sind... will wirklich treffen. Wie sieht das denn mit Tickets aus? Gleich kann er treffen. Steht nirgends, ne? Die Tickets? Doch, äh... Q drücken. Können wir das? Ah, oh. Wir haben äh... Gut Führer im Moment. Komm, Feuer. Front 10? Ja, geht. Feuer ist über her. See? Hit. Gut. Das spricht deutsch, er schnippt n bisschen. Brainafka. Okay. Er dreht! Auf der Seite! Ja! Getroffen! Sail hit! Und Level 14 erreicht! Ah, nein! Wo haben wir denn noch Gegner? Hinter uns natürlich. Okay, dann drinnen wir uns. Und Kanone klar machen. Wir fahren erstmal ein bisschen hin. Wir wollen ja mal was borden. Ob es wieder sinkt. Positiver Einstellung. Absolut. Meine Damen und Herren, der Gespräch ist der Kapitän der Welt. Hey, ich bin gesprächiger. Links von uns. Linke Seite. Ah, bin ich. Kann man ganz rein. Hey, jetzt komm! Ja, den treffe ich! Uh, den hab ich bestimmt getroffen. Bam! Hab ich getroffen. Crew hit! Oh! 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 Die Kanone hat mich einfach aus dem Schiff geschossen. Ja, richtig ey! Wir sind alle? Naja... Naja, nicht, nicht, nicht direkt. Sie hat mich mehr zerfetzt und... Da flog wieder einer. Die Kanonen, die können dann wiederfeuern. Wir gehen auf die Hot vor uns. Hot Feuer. Welche Hoi? Weiß ich nicht. Ich hab's voll im Wasser gekillt. Ich bin dumm. Ich bin doch dein Captain. So, jetzt auf die Galley, oder was? Das sind Haupts. Der Hahn ist aus Zirschluss wieder vor uns. Ja, wir gehen aber auf die Galleone links bereit machen. Links, Feuer. Ja. Was getroffen, Barretts? Nee, ich musste trinken. Ah. Hast du was getroffen? Nee, ich pumpe. Mein Lieblingsjob. Ich bin voll letzter in der Tabelle hier. Aber was würdest du machen, ne? Ja, wo bin ich? Ich bin... Ach, ziemlich verdonnen. Ich bin zweiter. Was? Du bist zweiter, Junge. Laut mir nicht. Äh... Auf dem Schiff. Ach so, auf dem Schiff, ja. Ja, aber global, sag ich mal, bin ich, bin ich unten. Ey, drüber. Die ist schon so tief. Auf dem Schiff. 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 Oh, der war knapp. Ich hätte er erwischt. Ach du warst das. Nice. Schaden war schon. Nice. Ja, ich seh's grad oben. Ist okay, ihr dürft uns rammen. Ist okay, ihr dürft uns rammen. Gib Gas. Gib Gas. Nicht aus den Segeln raus. Bitte was? Ja, wir werden euch fast gerammt. Bitte was? Ach du, meine Gühe. Entschuldige. Ist alles gut. Ihr dürft das. Ihr flieht. Backport bereit? Was ist eigentlich die Grape... Was ist eigentlich der Grape-Shot? Ich... Ich küpp den mal. Äh, Grape-Shot darfst du nicht... Äh... Achso, Grape-Shot ist Schrot. Dann. Feuer einstellen. Unser Schoner. Unser Schoner. Wir haben irgendwo ein Loch. Zwei. Ja, ich laufe. Jupp, reparieren. Alle reparieren. Jupp, reparieren. Jupp, reparieren. Ich brenne. Scheiße, ich brenne auch. Na ja, alles mit dem Mast. Also erfordern. Wir brennen. Aber ich versuche das Feuer... Unglaublich gute Arbeit. Ich bin zu ersaufen und ich... Wir kommen zu dir, Kuh. Du brennst ja immer, du Armer. Was warst du? Gib mal einen noch. Kriegen wir nicht. Ja, wir pumpen. Die Säge reparieren, sobald sie ausgebrannt sind und wir sind grüttiger. Ja. Die Frontkanone geladen? Hast du beide piratische Formaten? Die Frontkanone ist geladen, ja. Wenn ja, dann können die abschieben. Unsere Säge sind übrigens kaputt. Kannst du die mal heile machen, bitte? Ich versuche gerade ranzukommen. Weil ich kann da irgendwie... Ich weiß halt nicht, nicht, nicht wie. Alter, 15, 129. Wir haben sowas von gemacht. Komm schon, komm schon. Repairn, bevor ich sterbe. Repairn, bevor ich sterbe. Nach links, nach links, nach rechts. Rechte Seite bereit machen. Jawoll. Mein Leben geopfert für's Segel. Ich glaube, wir brauchen definitiv Supplies hier oben. Ja, 6 zu 128. Wir brauchen gar nichts mehr. Wir können doch mal warten, bis Feierabend ist. Eins und wir haben gewonnen. Wenn die rechte Seite wieder bereit ist, können sie gleich feuern. Ach, okay. Na endlich, Junge. Geh doch. Wir sind so gut. Gute Arbeit an alle. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr seriös. Vor allem, wer sagt gute Arbeit an alle, what the fuck? Ja. Und jetzt? Nein, die bunte Kuh ist voll. Ah, ich bin drauf. Oh, okay. Oh, Gott sei Dank. Aber irgendwie klemmts grad, ne? Feierabend Zeit. Oder kannst du grad spawnen? Ja, stimmt auch. Ich hab spawnen gedrückt, aber es passiert nichts weiter. Crew-Voice-Over-IPSV. Hm, passt schon. Ähm, fährt irgendwer schon? Passiert irgendwas? Ja. Alle noch da? Hm. Ja, irgendwie bewegt sich bei mir grade nichts mehr, deswegen. Also gut. Ich hab grad, ich hab grad Level 1 erreicht, what? Hm? Erst? Ja, nee, bestimmt nicht. Hm. Nee, tut mir leid. Ich kann grad nix machen. Bei mir steht das Bild. Also, im Sinne, es bewegt sich die Animation, aber... Ein paar gespawnte stehen auf ihren Plätzen rum. Zwei Leute. Du bist doch gar nicht mehr auf der bunten Kuh. Du bist gar nicht mehr auf dem Server bei mir. Was? Du bist nicht mehr... Wir sind grade zu viert auf der bunten Kuh. Und du bist keiner von denen. Ja, ich bin aber bei bunte Kuh eingetragen als Mitglied. Nee, 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 bist du nicht. Du bist nicht bunte Kuh. Wow, 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 wow. Jetzt hab ich nicht drauf geachtet. Oh, jetzt bin ich tot. Ja, das schreit dann wahrscheinlich nach nem... Nach nem lief. Na lade. Ach. Ach. ein Re-Collect. Ich find das Loch nicht. Wo ist es? Ich find das Loch nicht. Wo ist es? Ich bin noch auf Ziel der Kleinen. Ich hab hier zwei Schild für die auf mich gehen. Und die rammen mich an Dauer. Jetzt kann ich wenig gegen schütteln. Ach du Scheiße. Hilfe. Dann könnt ihr schon jemanden brauchen, der mal Einzelvermacht schießt. Jo, wir kommen gleich. Pum, 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 even if we have a border. Fuck. Ich will keine Waffen, alles klar. Ich pumper, du schützt mich. Ich kann noch nicht. Endlich. Pumpe wieder. Wir reparieren. Hammer's out. Wir haben noch ein Border oben im Steuerrad. Ich kann noch Hammer's out. Gang is lining up. Es sind immer noch zwei Schilder hier. Und jetzt bin ich, hab ich nie so krass. Wir werden untergekommen. Alka. Was? Du brauchst nicht mehr kommen. Ohne ist die Galeone. Ohne ist die Galeone. Entschuldigung. Entschuldigung. Hey, was wollte das denn? Oh, das war der Unterer. Hups. Fuck, ey. Ich konnte irgendwie meine Waffe nicht auf Nahkampf wechseln. Nee. Ich sag ja, das äh... Das Spiel mag manchmal nicht so ganz gerne. So Spiele, Kommandos untereinander verarbeiten. Hab ich so das Gefühl. Ich hatte da eigene aufgehalten davon. So, Rafa. Ja. Nee, unser Schiff ist... Wir haben mehr als eine Kanone. Ich die anderen Kanonen bevor ihr nachladet. Ich bin vorbeigefahren. Fuck. Ah. Ich bin hier. Die Rett? Ah, kann unten drauf drauf. Ach, er macht schon zum Pleiß, okay? Hallo, nehm die Kanonkugel, weil da scheiße Seite wieder, Vorsicht, das ist unser Schoner auf Ich weiß nicht, ich muss da mal Q drücken und wissen, warum das ist Das ist unser Schoner und unsere Lupe Nee, Schaluppe haben wir gar nicht Aber da vorne ist der Gegner für Schoner Siehst du, die sind ineinander verhakt Frontkanone? 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 Feuer? Linke Seite? Noch ein Stück? Wir warten, bis unsere Galeone vorbei ist Jetzt Ah, die sind um zufrieden Oh, die war schon zufrieden, super Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Okay Ich hab Füßen Galeone Das war, das war eigentlich nicht Jetzt bin ich Level 2 geworden Toll, ne Ich hab doch nicht getroffen Ich hab doch nicht getroffen, war nur in unsere Richtung Das war die Frage Ah, das ist ja, das ist gut zu hören Sie Bienen, ich fahre in deine Richtung Ah, ich muss sagen, die Junkie hier, die finde ich schon geil irgendwie Die hat schon vier von uns gekriegt Anti-Säge auf die Heu Frontkanone bereit machen, schießen wenn ihr es habt Schießen wenn ihr es habt, die fahren in eure Richtung Das Ich muss dann einfach nur auf den Fuß warten Yes, da ist er Das ist der Punkt Und da So, dann macht euch mal links bereit Ah, Herr Tüchel, dreimal in Folge getroffen Ja, Kampf gelaufen Wenn sie jetzt schießen Wenn sie jetzt schießen Ja, ich hab getroffen So, ich hab den jetzt auch 4 verpasst Und die Frontkanon 5 Und ich geh jetzt auf den Schoner, der Um unsere Galeone zu beschützen Äh, wir sind gleich in der doven Position Die Heuer hat 3 gekriegt von uns Der Schoner Nice 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 Spawntkanone, gegen die Galeone Gut Macht euch links bereit Wir bleiben auf der selben Seite unserer Galeone Dann kann hier nur eine Wir gehen auf das neue gespawnte hinten Gut zu wissen Wir bombardieren immer noch die Galeone Wir machen das gleich mit Wer aus dem Spielfeld seid, dreht da ein Gemisst Supplies Seien Lauf Geht grad nicht Die Galeone, die sind mitgenommen aus wie Ramm Das mach ich selbst Oh ja, die haben wir schon ordentlich bombardiert Die läuft gleich ab Pass auf, wenn wir die Ramm Dann werden wir die ein bisschen rumpushen Dann müsst ihr dann auch gut russieren Schießen noch einmal links Und dann Rammen wir Hier ist linker Schuss, Feuer Und wir drehen Und wir drehen Ich will auch noch schießen Zum Fleiß Und Kanone kann jetzt schießen Und rüber mit euch Bereit machen zum rüberspringen Alle vorne Alles klar, die zerleg' ich Wir belassen die euch Wir helfen uns Wir gehen weiter auf die zweite Szene Die wir da vor uns haben Alter Ja Und jetzt Und jetzt 3 Meter nach oben Ja Ja Dann sind wir geklappt Tatsächlich Ähm Oh, wie kann das aussehen? Wir sind nochmal ein bisschen Dann gib uns bitte bescheuert, wenn du noch ein oder zwei raus Das sieht auf jeden Fall so aus ich denke mal wir haben die wir ja die haben uns leider auch Mr. Barrett entferne dich von meinen Kanonen die Schnauze ey komm her du wir bewegen uns vorwärts die sind Glascans das ist wenn die 4-5 Löcher haben gehen die schnell unter alter träg nen Schluck ach du Arsch rechte Seite rechte Seite wie kommst du euch zurück bunte Kuh aber ziemlich ziemlich weit weg ansonsten ist hier rechts von euch müssen hier sein das gleiche werden wir auch nicht aber ich glaube die ist zu weit weg ja die wird zu weit weg sein die kriegen wir nicht ok voll einstellen Glaleone kreuzt die sind eh zu weit weg das werden wir eh nicht die sind nicht so weit dahin links noch mit Glaleone ein kommt eine Glaleone von der anderen Seite rein ich werde die angreifen äh hier sind zwei Dinger die mich verfolgen ich hau ab ist verstanden wir kommen ran ok dann ok nicht die Galeone wir verfolgen jetzt die die Zivi ich habe keine Ahnung kümmer dich mal um die anderen zwei Kanonen auf der Linken wir gehen auf die Galeone also also zuerst den Schoner nicht die Heu zuerst den Schoner jetzt gut gut zwei getroffen sehr schön oh du Cheater ah klar rechte Seite das hat doch gesagt rechte Seite ja der Schoner kommt auf den Zug dummer weist ich ihn aber aber der muss ja quasi ja der kassiert der wollte getroffen werden ja der hat es drauf angelegt ach Achtung bitte auch na von der Galeone aufgehalten wir können uns nicht helfen rechte Seite rechte Seite ich will Supplier Galeone ist hier hier unsere Galeone freu mich da hast du sind zum zu getroffen bei meinem Fehler sorry mach dich mal die Frontkanone klar So, alles nachgeladen? Und nach dem ersten zu den Graveshotten abladen. Supplies, Supplies, Supplies. Auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Oh oh, Front, 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 ist ganz böse. Dann könnt ihr auch noch auf den Balkon springen. Könnt ihr jetzt rüber? Nein. Natürlich nicht. Ah, den Graveshot hättest warten müssen. Ist okay. Dann einfach rüberspringen und boarden. Die linke hatte einer an die Gunrun reinwarten. Gunrun links, la, jetzt. Rüber mit euch. Geben ein Board, das ist okay. Über die Galeone kommt, Leute. Okay, wir haben einen auf unserem Schiff, den lege ich gleich. Ey! Nein! Sorry, du siehst auf dem Navigar, sorry. Wir sind Level 0, ne? GG, Jungs. Schon wieder geworden. Ah, gut, wa? Sehr gut, sehr gut gemacht. Bei euch, den ich dann immer gekühlt hab, aber die war wirklich hinter den Böden. Hansiolo. Barrett, dann war's das für diese Folge, wa? Mhm. Dann würd ich sagen. In der nächsten geht's weiter, wa? Absolut. Bis dahin. Tschö, tschö. Bis dann, tschö. Du hast, da ist es sehr gut. Und das ist hier. Du hast die Musik, der es hier. Und das ist jetzt. Du hast hier.